Weiter geht's hier. Äh, wo ist mein Pause-Knopf? Da. So, jetzt müssen wir den Dingern ausweichen. Und dem Ding auch noch ausweichen. Ja, die erste Runde musste ich jetzt erstmal wieder gucken, wie ich stehe und sowas. Jetzt mach ich den fertig. Und den Dingern ausweichen, das ist ja nicht so schwer. Und dem langsamen Ding auch noch ausweichen. Und wamwamwamwamwam. Und da flügt jetzt rechts lang. Und... Nanananananananananananana. Und oh, durch. Uah, das war knapp. So, den ausweichen nicht so schwer. Und das weiter geht's. Dam 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 dam. Und wamwamwamwamwamwam. Ihr werdet auch durch. Ihr macht aber auch nichts anderes, der todlangweilig. Und tot ist er. Jetzt mal, ich kämpfe es jetzt erst, wenn ich beim nächsten Boss bin und ich genug Leben habe, um mehr oder weniger überleben zu können. Siehwum. Bisschen Nullendlichkeit und noch viel weiter. Okay. So, oh mein Gott. Aber wenn man die alle schafft, rechtzeitig abzuschießen, dann schafft man auch die danach abzuschießen. Aber wenn man die nicht geschafft hat, hat man echt Probleme mit dem Nächsten. So, das Ding war tot. Das Ding töten wir auch noch schnell. So. Bitte lasst die wieder Leben fallen, ja? Ja! Das ist etwa alles Gescriptes, was sie fallen lassen. Auch egal, ob es heute hier eigentlich nicht ist, lassen wir Leben fallen. Und Energie, oh mein Gott. Nein, oh mein Gott, ich verliere wieder alles. Komm, ich lebe schon, verliere ich schon wieder. Äh, warum haben die jetzt geschossen? Sonst schießen die jetzt später. Bitte lasst dem fallen, leben, 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 leben. Oh, so viele. Lasst dem fallen, und der muss noch was fallen lassen, hier. Und ausweichen. Dem auch ausweichen. Und dem auch ausweichen. Oh mein Gott. Ausweichen. Oh nein, nicht schießen. Irgendwer muss noch mal mit Leben fallen. Ja, leben, 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 leben. Und aufgesammelt. Und ausweichen, ausweichen. Jetzt nur noch ausweichen, nur noch ausweichen. Damit wir jetzt mit vollem Leben zu dem Boss kommen. Vorsicht, das ist ein gutes Zeichen für Safe State. So. Den töten wir. So. So, der war nicht so schwer. Ja, so schwer ist der nicht. Der macht ja jetzt nur das hier. Das ist ja der leichte Boss vom letzten Mal. Und ausweichen. Und okay. Oh, okay, ja. Der, der kam. Oh mein Gott. Der kam ja von da jetzt dann wieder. Wenn er sowas macht. So, schnell hoch. Oh. Wie ich diese Luftdinger hasse. Wie ich sie hasse, 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 hasse. Und der war tot. Bitte sei der Letzte. Der Letzte bitte. Bitte, komm nicht mehr, komm nicht mehr, nichts mehr, nichts mehr, nichts mehr. Nein. Verdammt. Warum ist der Weg jetzt auf einmal länger? Wieso sind wir ein paar hundert Meter gelaufen? Äh, ausweichen. Und dem ausweichen, dem auch ausweichen. Nein, 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 nimm doch nicht das Drecksraumschiff. Wenn du sollst. Und, ach, die fliegen alle auf einmal. Super. Was ist denn hier jetzt los? Ja, ja, äh, ja, äh, 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 ja. Äh, äh, safe state. So, ho, ho, oh mein Gott. Jetzt kommt wieder dieser super-mega-Typ, der uns voll labert. Ha, da ist er ja. What the fuck, was hat der jetzt gemacht? Eine Brille? Ich habe schon auf euch gewartet, meine Ehren-Erzfeinde. Wer bist du eigentlich? Der alte Schrödinger war, sagen wir, wie eine Katze ohne Schnurhabe. Nur, da meine eigentliche Form wiederhergestellt ist, könnt ihr mir nichts mehr anhaben. Ich würde euch nicht mit dem Stalker-Telanier davon kommen lassen. Und ihr werdet auch nicht das Zukunftstor öffnen. Es ist an der Zeit, dass ihr den ultimativen mobilen Kampfflieger begegnet. Wappnet euch für das Feuer der gepanzerten Schrödinger. Zerfetzt euch und pustet euch dann in den Äther. So, damit wir das nicht normal alles lesen müssen, spreche ich euch nochmal. Was machst du? What the fuck? Ah, der kriegt nur manchmal Schaden. Okay. Oh, okay, er fällt wieder seine Arme ab. Die kommen wieder zurück. Okay, aber so schwer ist der bis jetzt noch nicht. Jetzt, wenn er die Arme sofort, dann nimmt er keinen Schaden. Jetzt nimmt er wieder Schaden aus. Oh mein Gott. Schaden aus Kick. Okay, aber der ist irgendwie der leichteste jetzt. Ausweichen. Ausweichen. Und dann hat sich das. Ich hoffe nur, dass der keine andere Form mehr hat. Ah, wir haben keine Energie mehr. Verdammt. Macht der jetzt? Paketen, okay. Die großen Digger sehen, das ist nicht so das Problem. Solange nicht ganz viele kleine kommen. Was ist denn das jetzt? Was wird das? What the fuck? Er ist tot, er ist tot, er ist tot. Okay, das hätten wir. Er ist tot. Wack. Das kann nicht wahr sein. Meine mächtige, panzerte Schrödinger. Geschlagen. Ja. Mit all diesen Rüstung konnte ich nicht mehr agier manövrieren. Ja, das habe ich gemerkt. Ich habe meinen halben Rumpf verloren. War egal. Ich werde euch einfach mit meinem Herrn auf die Rückkehr meines besseren Hälften. Ich sehe euch in der dunklen Burg. Okay, das heißt, wenn jetzt alle Wege irgendwie in die dunkle Burg führen, dann ist die dunkle Burg das letzte und als nächstes kommt die dunkle Burg. Ich nehme es so an. Ich hoffe es, denn dann habe ich das Spiel irgendwie geschafft. Sabata, Diango, was für eine tolle Leistung. Baron Zirka war der Vampir mit dem letzten, der vier großen Terrenials. Was, die letzte? Äh, das heißt, wir sind wirklich auf dem Weg zum Ende des Spiels. Sobald wir ihn reinigen, können wir das Siege zum Verknüpfungstall durchbrechen. Mit anderen Worten können wir den Entscheidungskampf mit dem Vampir ernähren. Natürlich sind da noch die Unsterblichen, die dem Vampir ihre Macht verleihen. Warum sie das wohl getan haben? Was wollen sie überhaupt? Sicher wird sich hier alles aufklären. Das wird das Schicksal dieses Planeten vom Weg abhängen, äh, von dem Weg abhängen, den ihr wählt. Was? Oh, tut mir leid. Ich war einfach einen Moment lang gedanken versunken. Jedenfalls kann der Purifex starten, soweit ihr bereit seid. Dockt also, wenn alles klar ist. Es ist alles klar, fliegt, fliegt, fliegt. Und wie, Katzi, Laplace hat angedockt. Ich habe immer fallen, mal LASER. Nie wohnen. Sie haben visiert. Da kommt jetzt der LASER. Da kommt ja auch noch LASER. Und. Die Erde. Oh, jetzt. Von einer Seite. Wir brauchen ewig mit dem Raumschiffen. Von einer Sekunde zu anderen sind die Dinger da. Und jetzt LASER. Ja, wohnen. 120 Prozent. Mal wieder. Feuer. Feuer. Was ich geschafft. Und zip, 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 zip. Oh, ho, 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 ho. Das war's. Uuuh. Diese Kraft. Eure Kraft hat meine Kassenlosen zerstört. Ein leuchtender Stern mit den neuen Alchemie-Technologien. Aber diese Kraft ist nicht allein euer. Und ganz gewiss ist sie nicht meine Alchemie überlegen. Das war's. Das war's.